in der winkelgasse severus erwachte früh am nächsten morgen regulus lag auf seiner brust und schlief der tränkemeister hatte seitdem er nach den ferien wieder in hogwarts war nicht mehr so gut geschlafen offenbar hatte er das mit seinem sohn gemeinsam sie beide brauchten ihren partner um ruhig zu schlafen gedanken verloren fuhr der tränkemeister dem heiler durch die schwarzen locken von diesen kam nur ein unzufriedenes knurren es ist sechs uhr morgens warum bei merlin bist du schon wach sag nicht du wolltest die jungs wecken regulus setzte sich verschlafen auf und sah den anderen fragend an naja ich dachte liebster ich bitte dich machst du dir wirklich sorgen draco würde harry nie wehtun du kennst ihn doch seit er ein baby war das ist es nicht reg es ist ich mache mir einfach sorgen seitdem er also seit er quasi tot war da will ich ihn irgendwie immer in meiner nähe wissen verstehst du ich denke einfach dass er das alles nicht so einfach verkraftet hat regulus legte den kopf schief ich verstehe dich aber scheint er so als hättest du das alles nicht wirklich verkraftet und das ist nur verständlich aber hör zu harry ist in ordnung er lebt und er ist glücklich und er und draco werden es schaffen auch wenn sie sich in der schule nicht zu nah sein können sanft küsst er seinen partner dieser seufzte tief und erwiderte den kuss ja ja vielleicht hast du recht na schön lass uns noch etwas schlafen sagte saros und ließ sich wieder in die kissen sinken regulus rutschte grinsend näher und fuhr mit seiner hand unter das schlafschirm des lehrers oder wir nutzen es aus dass wir schon mal wach sind zwei stunden später standen die beiden männer vor dem esszimmer der melfoys regulus hatte seinen partner überredet direkt zum frühstück zu gehen ohne einen umweg zu dracos zimmer als regulus die tür öffnete musste er lächeln drake und harry saßen gemeinsam am frühstückstisch und sahen auf als die beiden eintraten guten morgen jungs schon wach fragte er grinsend guten morgen onkel rick ja schon seit sieben uhr wir hatten eigentlich damit gerechnet dass onkel seff bereits seit fünf uhr vor der tür wartet sagte drake nun lachend hey als ob ich euch nicht vertrauen würde verteidigte sich der tränkemeister umgehend schön gut dad wir glauben dir sagte harry lächelnd danke mein sohn sagte saros trat zu dem jungen küsschen auf den kopf nun setzt euch schon und esst ich dachte du wolltest mit harry möglichst früh in die winkelgasse warfner züsse ein welche die szene milde lächelnd beobachtet hatte nach dem frühstück standen die drei erwachsen und die beiden jungen in der halle luscious melfer war bereits zur arbeit aufgebrochen harry hatte seinen wärmsten umhang um und hielt dracos hand dieser sah unglücklich aus kann ich nicht mit vielleicht unter dem taunumhang jammerte er nein draco das geht nicht das risiko ist wirklich zu groß wir sind spätestens zum abendessen zurück sanft zog severus seinen sohn aus dem festen griff des slytherin wir beeilen uns okay harry stahl sich noch einen kuss von drake und eilte dann zu seinem vater der schon an der großen tür war passt auf euch auf rief narzisser ihn noch nach dann waren sie aus der tür der himmel war wolkenverhangen und ein eisiger wind wehte schweigend liefen der griffende und sein vater nebeneinander her bis zum apparierpunkt du verstehst das doch oder ernster service zu dem jungen ja dad keine sorge es ist nur ach nichts sacht legte der mann harry die hand auf die wange irgendwann dürft ihr eure liebe der ganzen welt zeigen irgendwann glaubt mir ich verstehe das nur zu gut traurig nickte harry und hielt seinem vater die hand hin dieser griff lächelnd danach zog sein sohn fest an sich und schon waren sie verschwunden inzwischen kam harry mit dem apparieren ganz gut klar der schwindel verschwand sehr schnell wieder und auch seine beine sackten nicht mehr weg so stand er plötzlich im hinterhof des tropfenden kessels und sah sich um keiner war hier und einige schneeflocken tanzten in der luft ist es hier eigentlich sicher für uns also in der winkelgasse wollte er nun von seinem vater wissen der angespannt vor der mauer stand er lächelte gequält wir haben schutz einige mitglieder des orns sind heute hier und folgen uns unauffällig aber harry seit seiner rückkehr ist vieles anders also wundere dich nicht snape berührte mit seinem zauberstab die mauer und diese gab den weg zur winkelgasse frei service hatte recht nichts erinnerte mehr an das bunte treiben in der gasse von früher es waren zwar viele menschen dort aber die meisten hetzten schnell vorbei und schienen nur das nötigste erledigen zu wollen einige geschäfte waren vernagelt und die schaufenster der anderen waren schlicht und zeigten häufig nur fahndungsbilder und sicherheitsaufrufe des ministeriums dafür waren überall buden aufgetaucht in denen zweifelhafte schutzauber verkauft wurden ähm dad ich muss zu gringotts ich hab fast kein gold mehr sagte harry hastig als sein vater ihn bereits vor sich her in richtung madame malkins anzüge für alle gelegenheiten schob nicht nötig sagte dieser knapp aber dad ich will die weihnachtsgeschenke selber bezahlen das weiß ich ich meine nur ich habe einen beutel mit deinem gold bereits dobi hat es in bill weasleys auftrag vorbeigebracht im moment muss sich jeder der zu gringotts will sich mehr stündigen überprüfungen unterziehen glaub mir das willst du nicht hier bitte service reichte dem jungen einen beutel mit münzen schnell steckte dieser es in seine umhangtasche so und nun komm lass uns zügig alles erledigen sagte service harry sah sich um er erkannte einige gesichter von zauberern die wie zufällig in ihrer nähe standen darunter mad i moody und bill weasley der dem jungen unauffähig zuzwinkerte sie betraten den laden von madame malkin zu snappes erleichterung waren sie alleine er kannte das kleine geschäft bereits aus seiner kindheit überall lagen stoffballen knöpfe und garn herum bis zur decke stapelten sich roben anzüge und allerlei accessoires die ältere hexe sah auf als die beiden personen durch die tür traten oh guten tag herzlich willkommen wie kann ich ihnen helfen sagte sie schnell entmusterte über ihre brille hinweg vater und sohn guten tag mein sohn benötigt neue schulroben für hogwarts und einige andere sachen hosen hemden pullover natürlich natürlich kommen sie junger man stellen sie sich hier auf diesen hocker dann kann ich sie vermessen harry sah schnell zu seinem vater dieser nickte und der griffener tat wie ihm geheißen die hexe hat ihn offenbar nicht erkannt tatsächlich kam ihm sein geändertes aussehen zugute wer ihn gut kannte der sah dass es harry war aber die meisten menschen in der zauberwelt kannten ihn nur aus der zeitung jetzt mit den langen haaren und den markanten gesichtszügen war es schwer ihn auf den ersten blick als harry potter zu identifizieren so stand er nun auf dem hocker und ein magisches maßband war dabei ihn genau zu vermessen und zu welchem haus gehörst du in hogwarts fragte madame marken während sie bereits stoffe heraussuchte im griffender sagte harry knapp savage stand mit verschränkten arm vor einem regal mit pullovern und griff hin und wieder nach einem ah sehr schön ein löwe also sie können wieder heruntersteigen welche klasse sind sie denn ich würde sagen in der vierten harry stieg von dem hocker snape hatte sich umgedreht und sah seinen sohn besorgt an harry lächelte gequält nein schon in der sechsten ich bin etwas kleiner oh und das tut mir leid naja es muss auch kleine menschen geben schauen sie mich an ich sehe aus wie um die achtzig in wirklichheit bin ich erst siebzig die stämmige frau lachte laut und auch harry lachte sarahs entspannte sich sichtlich so und nun sehen sie sich um was ihnen noch gefallen könnte ich glaube ihr vater hat bereits einiges ausgesucht sie wies auf die regale und kleiderständer eine stunde später verließen sie mit allerlei neuen sachen das geschäft sarahs hatte alles verkleinert und in seinem umhang verstaut danke für die sachen dad du musst dich nicht immer wieder bedanken ich bin dein vater und so bin ich auch dafür zuständig dass du was vernünftiges zum anziehen hast sag mal das madame malkin also der ist schon gut ich sehe nur noch nicht aus wie 16 das ist okay wirklich so ließen sie weiter erledigten weihnachtseinkäufe und aßen bei einem straßenverkäufer zu mittag harry besorgte weihnachtsgeschenke für seine freunde und seine familie für ragless hat er eine smart grüne lederjacke besorgt welche sein vater mit hochgezogenen augenbrauen kommentierte für seinen vater hat er heimlich bei florischen platz ein sehr altes und edles exemplar eines tränkebuches besorgt narzissa bekam ein buch über seltene heilkräuter und lucius eine neue feder die magisch fehler korrigierte nur für draco fiel ihm nichts passendes ein er wollte etwas das ihm wirklich gefiel aber es wollte ihm einfach nichts einfallen kopf hoch dir kommt schon noch die passende idee wie wäre es wenn wir den weesley zwilling einen besuch abstatten darauf wartet doch schon die ganze zeit aufmundert legte snapp seinem sohn eine hand auf die schulter dieser nickte und zusammen bogen sie um die nächste ecke was sie sahen verschlug selbst dem tränkemeister die sprache weesleys zauberhafte zauberscherze unterschied sich von allen anderen geschäften in der winkelgasse der momentan vorherrschenden tristess setzten die zwillinge ein so überquellendes farbiges und faszinierendes schaufenster gegenüber dass einige der vorbeieinnenden passanten unwillkürlich kurz staunt innehielten und diesen ungewöhnlichen anblick näher betrachteten die sicherheitsplakate des ministeriums hatten sie ganz eigen interpretierte und kurzerhand aus du weißt schon wer du scheißt nie mehr gemacht um so ihre neue erfindung zu verkaufen in großen lettern stand auf dem plakat wenn ängstig schon du weißt schon wer ihr solltet eher angst haben vor du scheißt nie mehr du scheißt nie mehr die verstopfungssensation die die nation in atem hält kopfschüttelnd aber mit einem lächeln auf den lippen stand savers vor dem laden also ich weiß wirklich nicht ob sie genial oder lebensmüde sind sagte er und sah zu harry der grinste ich find das super sagte der gyffendor und trat in den laden service folgte ihm und staunte das geschäft war voll menschen drängten sich vor den regalen und auslagen hitzefreies feuerwerk zischte durch die luft lachen und rufen füllten den raum es war ein unglaublicher kontrast zu der düsteren beängstigenden stimmung vor der tür harry konnte sich kaum satt sehen überall gab es etwas zu entdecken wirkzungen toffees kanarien cremeschnitten und jux sauerstäbe lagen neben zehn sekunden pustel entferne und schlaue antworten federn harry nahm ein kleines rosa fläschchen in die hand das zusammen mit vielen anderen in einer art rosa brunnen stand liebestrank stand darauf und harry sah zu seinem vater dieser verdrehte die augen nahm das fläschchen und stellte es zurück na harry das brauchst ja nicht mehr wenn es stimmt was man so hört der junge mann und sein vater fuhren herum fred und george standen grinsend hinter ihnen sie trugen edle anzüge mit krawatten die immer wieder in anderen farben leuchteten schön euch zu sehen sagte harry und grinste die beiden an schön dich zu sehen herzlich willkommen schön dass du es einrichten konntest severus sagte fred und gab dem lehrer die hand dieser nickte lächelnd irritiert sah harry zu seinem vater ich dachte ich melde uns an sagte dieser lachend und wuschelte seinem sohn durch die haare komm harry zeig dir alles sagte fred und sah schnell zu seinem bruder dieser nickte sarus ich würde dir gerne unsere neuesten tränke zeigen vielleicht könntest du uns noch ein paar tipps geben misstrauisch sah der lehrer zwischen seinen beiden ehemaligen schülern hin und her folgte dann aber wir treffen uns später wieder hier harry sagte er noch und war schon zwischen den vielen menschen verschwunden harry zuckte mit den schultern und wandte sich an fred dieser lächelte und bedeutete ihm zu folgen sie stiegen eine treppe hinauf auch hier waren die regale bis oben hin gefüllt fasziniert blieb harry ab und zu stehen und besah sich die sache fred beobachtete ihn lächelnd gefällt es dir? wollte er wissen harry sah auf ja es ist wirklich toll hier ihr beide habt echt talent dad sagt das auch aber sag ihm nicht dass ich das verraten habe versprochen komm mit fred führte ihn an den regalen vorbei einen schmalen flur entlang am ende dessen war eine tür der weasley berührte die klinke mit seinem zauberstab und die tür sprang auf kleine vorsichtsmaßnahme wir hatten immer wieder kunden in der wohnung stehen erklärte er und lachte george und du ihr wohnt direkt über dem laden? wollte harry wissen fred lächelte nein nicht ich und georgie obwohl es schwer war nach all den jahren in getrennten räumen zu leben george wohnt mit angelina am anderen ende der winkelgasse überraschte harry zu dem rothaarigen angelina johnson aus eurem jahre fred nickte ja sie machte eine ausbildung zur heilerin sie ging weiter in die wohnung und bis in das gemütliche wohnzimmer hier und da standen kisten herum aber sonst war es viel aufgeräumter als harry es von dem zimmer der zwillinge kannte aber mit wem wohnst du denn hier du sagst es doch wir sagte harry irgendwann und fred grinste wieder schatz rief er und im hinteren teil der wohnung ging eine tür auf einen moment ich komme sofort rief eine stimme zurück harry war sich ziemlich sicher die stimme zu kennen bald darauf waren schritte zu hören ein großer junger mann mit kurzen braunen haaren und einem badschatten betrat den raum sein lächeln war harry nur allzu bekannt oliver vollkommen überrascht hatte harry den ehemaligen gryffindor und quidditch kapitän oliver wood an hey harry tut mir leid ich habe gerade rechnungen geschrieben hallo schatz er trat neben fred und kristin kurz muss schon sagen dein neuer look steht dir harry mit offenem mund blickte der gryffindor zu den beiden jungen männern ähm ist alles okay mit ihm wollte oliver an seinen freund gewand wissen ich denke schon ich glaube wir haben ihn etwas überfordert harry tut mir leid ich war nur so überrascht war er hat gar nichts erzählt sagte harry und war rot angelaufen ja weil ich ihm gedroht habe ihm hausverbot zu erteilen wenn er es tut ich wollte dir lieber selber sagen und naja wir dachten also ich meine was mein lebensgefährte dir auf sehr komplizierte art und weise sagen will ist dass wenn du fragen hast oder hilfe brauchst dann komm zu uns übernahm oliver nun das reden meint ihr wegen draco woher wisst ihr das verlegen sah harry zu boden fred sah schnell zu seinem freund dann ging er zu dem anderen und führte ihn zur couch er setzte sich neben ihn und oliver in den sessel den beiden gegenüber hör zu harry george und ich sind im orden genau wie dein vater als es severus so schlecht ging hat uns remus auf dem laufenden gehalten und als du feld schluckte kurz als du dann ins koma fielst kamen auch wir nach hogwarts um nach dir zu sehen überrascht hatte griffen da auf fred lächelte wir wollten nicht dass du das weißt da du nicht willst dass sich immer alle um dich sorgen aber ja ich und george waren da und wir haben gesehen wie draco gelitten hat er ist nicht von deiner seite gewichen remus hat uns dann aufgeklärt in den letzten wochen hat sich dein vater ganz schön sorgen gemacht um euch beide er dachte es sei vielleicht ganz gut wenn du mal mit uns sprechen kannst vielleicht eher als mit ihm oder regalus harry schluckte du ich meine ihr wisst von regalus ja ich oliver und george saros hat uns ins vertrauen gezogen also was willst du wissen seit wann seid ihr zusammen fragte griffen da nachdem er einige momente überlegt hatte die meinen männer grinsen sich an willst du fragte fred und oliver nickte lächelnd seit gut zwei jahren wir haben uns durch zuvor wieder gesehen als fred allein bei einem spiel meiner mannschaft puddlemare united war wir haben uns danach auf ein butterbeer getroffen und naja wir haben uns gut verstanden und es war wie früher irgendwann war es schon drei uhr morgens und da ich in der nähe wohnte habe ich fred bei mir übernachten lassen und der rest ist geschichte grinste oliver seit zwei jahren aber warum haben deine eltern nie was erwähnt wollte harry nur nachdenklich an fred gewand wissen ja sie wissen es erst seit diesem sommer oliver und ich hielten unsere beziehung geheim weil wir erst wissen wollten wohin es uns führt nur george wusste bescheid verstehe uns nicht falsch wir waren immer schwul aber für uns beide war es die erste sagen wir richtige beziehung meine eltern hatten natürlich dass ich mich nicht so für mädchen interessierte wie george aber offiziell habe ich mich erst in diesem sommer geoutet ich habe oliver einfach mit zu unserem großen familien essen geschleppt dasselbe essen an dem bill und fleur als seine verlobte vorgestellt hat ich sagte ich glaube man hat kurz überlegt ob das wieder ein streich ist aber sie mögen oliver und nun brauchen wir uns nicht mehr zu verstecken ich weiß ihr beide können das nicht aber du musst daran glauben dass es irgendwann anders wird fred hatte dem jungen sanft eine hand auf die schulter gelegt ja danke fred eigentlich muss ich oliver ziemlich dankbar sein sagte harry dann und lächelte mir irritiert sah oliver zu harry ja ohne dich hätte ich erst viel später gemerkt dass ich jungs mag sagte harry und grinste wieder oliver wurde so überrascht zu fred und dieser begann laut zu lachen ja ich weiß genau was du meinst prustete der rothaarige also ich verstehe nur bahnhof sagte oliver schon gut schatz ich erkläre es dir später sagte fred irgendwann schwer atmend so harry dein vater wird schon warten also willst du noch was wissen zum beispiel in sachen bett oder so fragte fred munter fred fiel ihm oliver streng ins wort was denn könnte doch sein versuchte sich der rothaarige zu verteidigen harry war auf der stelle wieder knallrot angelaufen schon gut oliver also wir lassen es langsam angehen und naja ich glaube ich verlasse mich da auf draco fahrig fußte dir griffene durch die haare na schön wie du mir auch sei wenn du was wissen willst dann kannst du ruhig fragen aber noch was anderes hast du schon ein geschenk für draco wollte fred nun wissen nein da fehlt mir noch die zünden idee irgendwie gab harry zu fiesank lächelnd sah fred zu seinem freund dieser stand auf und holte etwas aus einer schublade des alten sekretärs hier bitte erreichte harry eine schwarze schatulle neugierig öffnete dieser diese darin lagen zwei silberne armreife wenn man genau hinsah konnte man eine feine schwarze linie erkennen die sich durch die mitte des schmuckstücks zog fragen sah harry zu fred sie passen sich jedem handgelenk an wenn du dreimal über die schwarze linie streichst dann zeigt der reif dir den weg zu dem träger des anderen es erscheinen kleine weiße kugeln denen musst du folgen erklärte er harry lächelte und fuhr mit den fingern langsam über den silbernen armreifen das ist wirklich perfekt danke was sollen sie kosten da man ein geschenk nicht verschenkt würde ich sagen ein sickel sagte der weasley kopfschüttelnd zog harry eine galeone aus dem umhang und gab sie dem rothaarigen etwas teurer darf das geschenk für mein freundchen sein wie du meinst und nun los ehe dein vater den laden zerlegt fred stand auf und lief in richtung tür gefolgt von dem griffindor und oliver unten im laden wartete several bereits ungeduldig da kommen sie sagte george der neben ihm stand und hin und wieder einem kunden begrüßte und auskunft gab der tränkemeister sah auf lächelnd sah er wie der zwilling mit seinem freund an der hand und harry die treppe hinunter kam tut mir leid der hat etwas länger gedauert kein problem guten tag mr wood schön sie zu sehen sagte er zu dem jungen mann und reichte ihm die hand guten tag professor sagen sie ruhig oliver sagte wood und griff nach der hand gut oliver dann severus der andere nickte und stellte sich neben seinen freund hast du alles wollte severus von seinem sohn wissen dieser nickte das glaube ich nicht sagte george und drückte dem griffindor eine tüte in die hand hier die neuesten sachen viel spaß und hab schöne weihnachten sagte er und umarmte den anderen danke george das wünsche ich dir auch und grüße angelina von mir sagte harry und zwinkerte dem jungen mann zu dieser nickte lächelnd schnell trat er dann zu fred und oliver und umarmte sie danke für alles kein problem kleiner meld dich und hab tolle weihnachten sagte fred und oliver nickte es war schön dich wiederzusehen pass auf dich auf harry nickte und stellte sich zu seinem vater also dann frohe weihnachten und danke george für die führung komm harry saris wandte sich zum gehen du denkst darüber nach saris rief george dem tränkemeister hinterher dieser drehte sich kurz zu dem jungen mann und nickte augenrollend dann nahm er harrys hand und zog ihn aus dem geschäft worüber sollst du nachdenken die zwillinge wollen dass ich mit ihnen zusammen neue tränke für ihre sortiment entwickle sagte er während sie die winkelgasse entlang liefen es dämmerte bereits und die menschen machten sich daran nach hause zu ein ein kalter windpfiff und es hatte wieder begonnen zu schneien und wollte harry wissen saris seufzte mal sehen ich muss schon sagen die beiden haben viel talent und was hast du so gemacht ähm oliver und fred wollten mir tipps geben saris blieb stehen harry grinste in sich hinein ganz ruhig dad das war ein scherz aber danke dass du das treffen organisiert hast ach und ich habe jetzt ein geschenk für dray aha und was ist es wollte der tränkemeister skeptisch wissen keine angst nichts anzügliches mehr verrate ich nicht na schön dann lass uns nach hause gehen langsam bekomme ich hunger sagte der lehrer und legte einen arm um den jungen gemeinsam liefen sie durch den beständigen schneefall zurück zum tropfenden kessel abonniere abone an abone an abone an abone an